herzlich willkommen zu einem neuen video es ist wieder so weit ein monat ist rum es geht wieder los mit einem wunderschönen monatsupdate ja dieses mal fange ich direkt ganz anders an ich habe bisher zu der thematik nichts gesagt aber ich habe ein paar mal kommuniziert dass ich probiere das auto zum race 1000 fertig zu kriegen um dort den rollout zu machen wie ihr festgestellt habt hat es nicht funktioniert lag am ende sowohl an ein paar teilen die fehlen und mittlerweile bin ich ihr wisst es die ruhe in person ich baue das auto nur noch perfekt zusammen und keine kompromisse in dem fall fehlt noch ein wichtiges teil aus amerika das geht aber irgendwann dann im video ist auch egal weil der hauptpunkt warum ich nicht gefahren bin ist am wochenende vorher beim scc 500 ein event wirklich seit das gibt es seitdem ich auch in der szene dabei bin es ist ein beschleunigungs event über 100 meter kam es leider zu einem tragischen unfall ein tt hat sich im ziel überschlagen und der teilnehmer ist dabei leider ins leben gekommen an der stelle auch noch mal ein aufrichtiges beilad an die ganze familie sowas wünscht man keinem sowas darf auch eigentlich nicht passieren es ist aber passiert die person ist ums leben gekommen warum wieso weshalb ist jetzt auch erstmal ganz egal fakt ist ich habe in dem moment für mich beschlossen ich bitte auch dass ihr das respektiert dass ich mit dieser rs4 limo dieses jahr ohne käfig ohne vernünftigen sicherheitsgurt etc auf blauen dunst kein event mehr fahren werde ich will und werde mit diesem fahrzeug fahren auch hoffentlich noch dieses jahr bis zur ersten motorshow aber ich denke in so einem moment wo so etwas passiert muss es einem einfach die augen öffnen dass es jahrelang gut gegangen ist egal ob oma golf oder 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 und es einfach dass das falsche statement ist so weiter zu machen sondern irgendwann muss man auch einfach mal vergangenheit vergangenheit sein lassen und in die zukunft blicken und ich als familienvater habe mir in diesem moment gesagt nein es ist so viel gut gegangen in letzter zeit wir haben so viele schöne sachen erlebt es war wirklich oft oft damals kurz davor sei es mit dem abad auf der rennstrecke sei es im alltag es gibt so viele situationen die gefährlich sind dass ich für mich in diesem moment gesagt habe nein so möchte ich mit der limo auf keinen fall fahren das soll jetzt keine entschuldigung sein dass ich mit dem auto nicht fertig geworden bin weil ich hätte es sonst auch nicht geschafft aber das war ein punkt zusätzlich wo ich einfach gesagt habe nee das kann ich wirklich nicht mehr verantworten mit diesem auto mit diesem gewicht mit dieser leistung und wie das gebaut ist ich weiß einfach was am ende passieren wird möchte ich das nicht weil ich bin leider nicht person die sich zusammenreißen kann sondern wenn etwas fährt will ich es auch testen es ist so ein bisschen wie wir fahren nicht auf dem prüfstand und hören bei 500 ps auf und genau aus diesen gründen bin ich dann den weg gegangen die event thematik für dieses jahr erstmal an nagel zu hängen lieber das auto genießen fertig machen prüfstand ein paar geile videos für euch vorbereiten da haben wir nämlich auch so ein bisschen den fokus von unserem channel verloren normalerweise hätten wir die fahrzeuge fertig gemacht hätten als erstes irgendwelche richtig geilen mystischen epischen videos erzeugt keine ahnung wie das auto auf dem bilsterberg kontidrom messegelände irgendwie ein bisschen fährt vielleicht irgendwie so im dunkeln fast in the furious style wie auch immer egal waren alles sachen die auch bei marios golf leider am ende nicht machbar waren weil unser event gedanke war so weit fortgeschritten dass wir in dieser tunnel waren und halt wirklich gesagt haben da ist das event da müssen wir mitfahren das machen wir jetzt ziehen wir durch so und durch diesen unfall bin ich zum schluss gekommen das ist der falsche weg wir machen ganz in ruhe im oktober november das auto fertig macht ein paar geile videos machen geil content ja fertig so aber da ich es verstehen kann dass viele leute wegen dem auto zum race 1000 gefahren sind habe ich dann gesagt natürlich werde ich selber beim race 1000 sein habe mir dort auch von morgens bis abends für alle von euch zeit genommen mega geile gespräche geführt mega geile gesichtsausdrücke gesehen wie manche leute sich einfach darüber freuen wenn sie von mir ein tipp bekommen ein rat bekommen einfach nur hilfe bekommen weil jeder hat irgendwie ein kleines wehwehchen an seinem fahrzeug oder einfach auch nur sich mal kurz mit mir unterhalten wollen oder foto machen wollen ist ja auch jedem sein gutes recht genau deswegen bin ich auch zu diesem event gefahren ich habe es genossen kein auto dabei zu haben das heißt ich konnte wirklich volle vollen fokus auf die teilnehmer die zuschauer und die veranstaltung legen und es ist zwar auch anstrengend über den ganzen tag aber es hat wirklich spaß gemacht aber bevor ich wieder so viel erzähle jetzt seht ihr erstmal was beim race 1000 zu los kommt race 1000 für mich immer wieder das event wo einfach am meisten los ist man hat es gerade hoffentlich ein bisschen gesehen ich weiß nicht ich würde jetzt so aus dem bau heraus sagen minimum also 1000 zuschauer waren das locker es war diesmal ein drei tages event freitag ging das ganze los mit dem tte and friends test tag samstag roll race sonntag halbe meile wir konnten nur am samstag hinkommen weil am sonntag ich auf dem bilzerberg war und ich muss sagen natürlich schlägt mein herz mittlerweile auch für die rundstrecke aber was man eben auf der rundstrecke nicht hat ist dieser dieser sound von einem 1000 ps auto und der ist wirklich einfach dieser dieser geruch in der luft dieses geräusch wenn so ein auto mit drei bar ladedruck beschleunigt und so ist einfach ist einfach geil ich kann es nur jedem empfehlen kommt zu so einer veranstaltung ist es wirklich cool es gibt was zu gucken es gibt was zu essen es gibt schöne gespräche also da muss ich immer wieder sagen race 1000 wirklich wirklich hat spaß gemacht so was haben wir in den letzten monat so gemacht darum geht es ja in diesem video auch auf jeden fall kommt die sonne hier raus ich hoffe es geht mit dem gegenlicht noch ein teil des letzten monats war wie ich schon gesagt habe limo bauen stück für stück kämpfen wir uns wieder durch dieses projekt das heißt so ein auto wird einfach nicht fertig man investiert stunden abende nächte und man sieht keinen fortschritt weil wenn man so ein auto einfach perfekt bauen will dann dauert es dann schweißt man hier was dann baut man da nochmal ein halter dran dann fehlt da ein fitting dann bestellt man eine schlauch eine leitung man baut es zusammen stellt fest es passt nicht man hat was übersehen man hat eine neue idee es nimmt einfach kein ende wir sind jetzt so weit dass das die basis jetzt wirklich endlich fertig ist titan downpipes alles geschweißt alles gepulvert alles eloxiert jetzt gerade geht es wirklich um den zusammenbau dass man dann die letzten schritte kraftstoffsystem auspuff und verkabeln machen kann ja das kommt auf jeden fall dann haben wir gemacht haben wir gemacht dann waren wir beim polibauer track day mal wieder dort waren wir auf der rennstrecke und wir haben ein wirklich cooles duel gemacht ich gegen nico mit seinem nissan 350z erinnert euch an wir waren ja schon mal driften diesmal waren wir auf der rundstrecke an der stelle erstmal fetten respekt wie gut nico sich auf der rundstrecke bewiesen hat dafür der ist früher kart gefahren aber ist noch nicht viel rennstrecken auto gefahren und wirklich gleich auf den ersten meter hat man gesehen dass das verständnis für das auto da ist die linie passt bremspunkte passen alles passen eigentlich ging es in dem video dabei aber wir wollten das auto out of the box so wie er da stand mit alten reifen testen gegen ein paar yokohama semi slicks und das ergebnis hat uns wirklich beide erstaunt also wir haben mit einem ähnlichen ergebnis gerechnet aber wenn dann die zeit dort auf der box steht dann ist das immer noch was anderes das heißt haltet euch fest zwischen den allwetter reifen und den semi slicks eigentlich waren nur hinten allwetter reifen vorne waren ganz normale sommer reifen aber egal es waren alte reifen steckten tatsächlich acht neun sekunden und acht neun sekunden auf einer runde ist natürlich wirklich wirklich die welt ja am ende ging es dann noch ein bisschen darum wer die schnellere zeit fährt ich oder er das heißt am ende habe ich mich da einmal reingesessen und es ist halt einfach auf der rundstrecke so das habe ich jetzt selber auch schon gelernt erfahrung und gefahrene runde sind eben alles das heißt ich habe relativ schnell die linie gefunden und waren am ende auch ein tung schneller aber wir hatten spaß wir hatten richtig geilen tag wir haben noch ein weiteres video gedreht das kommt nächste woche das wird das wird richtig gut dann genauso wo wir beim thema rennstrecke fahren sind habt ihr ja gesehen dass das video mit mick schumacher auf der kartbahn das video war mal wirklich komplett anders wie ich fand extrem professionell weil wir nämlich von dem veranstalter der dvg auch ein bisschen material nutzen konnten guckt sich extrem cool kann ich euch nur empfehlen zu dem eigentlichen kart renn bräu ich nichts mehr sagen das habe ich im letzten video schon gesagt das war nämlich eigentlich schon länger her war wirklich eine coole nummer und dann gerade gestern ging das video online oder vorgestern das war das war witzig haben wir auch wieder was gelernt bmw 0.2 mit dem s14 motor ich verstehe das jetzt warum viele einen vier zylinder in diesem auto haben wollen bei dem gewicht weil bei dem fahrzeug muss ich wirklich sagen 1100 kilo mit dem serienmäßigen s14 motor serienmäßig es war nicht so dass der leistungsmäßig zu schwach war natürlich lag das glaube ich daran dass es einfach ein vorsichtig gesagt altes auto ist wenn ich jetzt in einem e 46 e 36 e 30 gesessen hätte mit zelle sitz und allem wäre das noch mal was anderes gewesen als in diesem oldie mit dem motor aber für jemanden der einmal ein oldie bauen will der dann spaß auf der rennstrecke hat wir sind glaube ich zwei minuten 25 gefahren war das schon cool also ich hätte nicht gedacht dass das dass das so gut fährt müsst ihr euch auch das video einmal zu rein ziehen am ende mussten wir leider abbrechen weil ganz wichtiger punkt rennstrecke thema bremsflüssigkeit haben wir jetzt zweimal gehabt die bremsflüssigkeit muss wirklich frisch sein und muss am besten auch eine bessere flüssigkeit sein als diese standardmäßige dort drei dort vier weil diese flüssigkeit wird sofort heiß das wasser in der flüssigkeit weil bremsflüssigkeit zieht wasser kocht auf die flüssigkeit kommt sogar oben aus dem behälter und durch dieses aufkochen habt ihr auch einfach luft im system das heißt ihr dreht das pedal bis auf den boden ich war zum glück vorbereitet und konnte noch zwei drei mal nachtreten als es passiert ist weil irgendwann entwickelt man ein gefühl für aber es war tatsächlich es war tatsächlich wieder so also ab sofort ansage wenn ich mich mit jemanden auf rennstrecke treffe immer neue bremsflüssigkeit so jetzt hole ich mal kurz mein telefon raus und guck mal was für diesen monat noch so geplant ist und in der zwischenzeit laden wir mal die kommentare oktober ja es geht tatsächlich damit los dass ich jetzt erstmal eine woche im urlaub bin muss auch mal sein frau und kind freuen sich und dann ist tatsächlich noch mal ttt das heißt halbe meile event ich habe mir schon gesagt ich werde mit limo auf jeden fall nicht fahren mario's golf ob wir den wir zusammen kriegen ich denke nicht das heißt ich denke mal dieses event werden wir leider aussetzen aber wir haben auf jeden fall am 21 22 oktober noch mal ein bildster berg wochenende das heißt wir werden auf jeden fall mit dem aber noch mal angreifen mittlerweile sollte das video online sein zum thema zylinder kopf da habe ich mich auch wieder ein bisschen verwirklicht ist ein bisschen mehr geworden ist jetzt der gemachte kopf drauf welcher dann noch mal von mir zusätzlich gemacht wurde sieht von außen jetzt gefühlt aus wie ein sauerkopf wie so ein honda kopf ich bin wirklich gespannt was da passiert das heißt ihr dürft euch in diesem in diesem monat darauf freuen dass wir mit dem arbeit auf den prüfstand fahren und mal gucken was so geht nicht ob wir jetzt 500 ps mit den knacken sondern einfach nur wie viel effizienz wir durch den gemachten kopf aus diesem auto rausholen können und dann noch ein letztes mal auf dem bildster berg im oktober weil ich das immer wieder bisher habe ich wirklich nicht vor gehabt mit diesem fahrzeug irgendwie eine eine krasse zeit zu fahren bisher war das für mich alles immer testen 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 diesmal will ich allerdings wirklich so machen auto vorher auf dem prüfstand perfekt vorbereiten dass ich wirklich weiß technisch gesehen sprit und laddruck passt alles und ich kann mich wirklich mal auf die zeit konzentrieren und wirklich meine zeit fahren habe theoretisch auch noch einen satz neue michelin slicks aber ob die zum einsatz kommen weiß ich nicht weil man sagt immer über die slicks die haben so ein peak in der ersten aufwärmphase ob ich das umsetzen kann oder will weiß ich nicht da muss schon wirklich alles alles perfekt funktionieren ja sonst geht es schon tatsächlich in die essen motorshow vorbereitung die findet dieses jahr eine woche später statt also im dezember das heißt den ganzen oktober lang werde ich nichts anderes machen außer limo zusammenbauen aber das schon wieder zusammen und gucken dass wir mit limo auf dem grünen zwei kommt das ding läuft und funktioniert ja dann gucken wir noch mal ein paar kommentare würde ich sagen mal den oma golf versus marios golf direkter vergleich wäre wirklich interessant da sind wir genau bei dem punkt was ich am anfang des videos angesprochen habe genau diese sachen sind auf der strecke geblieben dadurch dass unser event gedanke so hoch war das wäre es genau gewesen mit allen fahrzeugen mal auf dem flugplatz und einfach limo oma golf marios golf vielleicht einfach alle fahrzeuge mal nebeneinander und so drei oder vierer drag race einfach machen irgendwie sowas um ein paar so ein paar bilder bewegte bilder zu erschaffen die ein leben lang bleiben das wäre definitiv das wäre definitiv cool nächster kommentar flugplatz event klingt super wäre nice und event mit einschlägen youtuber in alos versus gp performance was ist halle 77 versos gockel niveller sowie performance ich glaube da kann ich euch direkt den wind aus dem segel nehmen bei den bei diesen sachen ist es folgendermaßen jeder der der von uns youtube betreibt der hat seine eigene linie gefunden der hat so seinen eigenen weg wie er film wie es schneidet die inhalte und so weiter das alles zusammenzuführen mit eigenen autos und so das kann ich auch verstehen dass das nicht jeder will weil es gibt immer ein gewinner und verlierer und es ist ja schon so ein bisschen so es wird am ende nicht so ablaufen dass man sich nur just for thunder trifft das wird leider nicht funktionieren weil wie schon sagte jeder hat seine eigene art und weise am ende wird es hier ein video da ein video hier ein video da ein zuschauer und so weiter geben das heißt ich würde eher die möglichkeit sehen meine riesen stockhard challenge zu machen mit jedem mit dem gleichen auto als das wirklich so so sich alle youtube größen irgendwie irgendwo irgendwo treffen ich probiere das ja schon immer zum beispiel bei meinen track days da harmoniert und so dass auch ganz gut aber das absolut kein wettbewerbscharakter hinter sondern jeder macht einfach sein ding was auch vollkommen in ordnung ist man kann auch keiner zu zwingen deswegen muss ich da euch leider sagen ich glaube das wird nichts es wäre geil bei den monats updates wenn ihr timestamps mit den einzelnen themen in die video beschreibung haut deswegen an der stelle derjenige das video schneidet bitte einmal die timestamps hier unten rein nicht alles aber so ein bisschen grob ist auch einer der besten kommentare hier mit 62 likes drauf deswegen sollten wir das auf jeden fall machen und weiter geht's ganz viele haben natürlich die daumen gedrückt für das rollout mit limo wie ich ja schon sagte hat leider nicht funktioniert genauso haben auch ganz viele noch mal ihr lob zur schumacher ära ausgesprochen lese ich ja auch ganz viel ist halt einfach für viele ein vorbild eine legende muss man einfach so sagen ganz viel positiver feedback auch zu dem live stream ihr erinnert euch das letzte monats video kam ja kurz nach dem live stream ich hatte wirklich die ganzen monat lang schon immer die idee wieder live zu machen weil ich es auch wirklich cool fand und ich finde ein live stream pro monat ist auch definitiv passend da arbeiten wir daran arbeiten wir definitiv daran passende live streams zu finden da ist ja so ein bisschen die thematik ich kann in dem moment leider nicht selber machen weil ich ja das telefon in der hand habe und eure kommentare lese mich jetzt einfach nur beim schrauben zu filmen klar würde gehen ist für mich dann aber irgendwie so ein bisschen so ein hat so diesen dieses lücken füller image deswegen will ich das eigentlich nicht aber wir finden schon ein paar thematiken wo ich wieder wie gehabt das telefon in der hand habe elektrische wastegates wäre interessant die dosentechnik scheint ja drei autos schon an der grenze zu sein vollkommen richtig elektrische wastegates kurz zur erklärung ein wastegate hat eine feder diese feder drückt den kolben zu womit der abgasstrom quasi im krümmer bleibt irgendwann gibt es halt immer der punkt wo der druck im krümmer so hoch ist dass die abgase raus können jetzt dürft ihr nicht vergessen diese feder ist ja nicht aus spaß da das heißt auch die elektrischen wastegates müssen dieses wastegate erstmal zu halten können da sind wir auch genau bei dem punkt ein elektrisches wastegate zieht schon ziemlich viel strom das lässt sich noch realisieren aber die bauform es ist ein bisschen größer meistens hat man nun mal genau da wo das wastegate ist eh schon keinen platz und bisher ehrlich gesagt in deutschland hat da noch keiner irgendwie erfahrungswerte aber was nicht ist kann auch werden ich weiß turbo smart ist der marktführer mit den dingern wir wollen mit turbo smart ein paar sachen zusammen machen mich würde es persönlich wirklich auch extrem reizen eigentlich war nur solche funktion dass man mal im leerlauf wastegate auf zu machen kann alleine wie sich akustisch anhört oder als beispiel mal bei einem prüfstandslauf irgendwie das wastegate aufzuziehen wäre eigentlich die perfekte thematik für einen motor der bei olaf auf dem motor am prüfstand ist da stelle ich mir wirklich einen elektrischen wastegate als perfekt vor ein zwei fragen habe ich hier noch zum thema v max von der limo weil das auto so leicht geworden ist die v max der limo ist definitiv eher rechenbar berechenbar und auch festgelegt einfach durch die getriebe übersetzung also wir hatten ja mal die die idee damit 400 zu fahren und das war getriebetechnisch so wie es jetzt gerade verbaut ist schon zu kurz damals war allerdings die drehzahl ein bisschen weniger jetzt drehe ich ein bisschen höher ob man das ding aber wirklich so hoch drehen will ich weiß es gibt von vw bzw audi einen ganz ganz langen sechsten gang damit wird das auto schon irgendwo in dem bereich von einer 430 oder so fahren aber ob dieses auto nicht vorher einfach in eine million stücke zerfliegt ist ein anderer punkt aber erstmal also thema v max muss ich ganz ehrlich sagen ist für mich wieder ein bisschen ich will nicht sagen in vordergrund gerückt aber wenn das fahrzeug die passende zelle hat die passende gurte hat und die passenden reifen drauf hat dann weiß ich nicht aus mich nicht vielleicht mal reizt da vielleicht noch mal zu gucken wie wo was so geht ja so vielen vielen dank fürs zuschauen danke dafür weiterhin bitte fleißig hier kommentieren was wie wo ihr im nächsten monatsvideos besprochen haben wollte gerne noch viel viel mehr kommentare in irgendwelche coolen richtungen dass wir da gerne darauf eingehen auch genauso bitte ich euch an der stelle noch mal durch die kommentare zu gehen und die kommentare zu liken die ihr gerne sehen wollt weil ich gehe von oben nach den likes durch und die kommentare die nummer oben als erstes stehen kann ich auch als erstes abarbeiten danke fürs zuschauen tschüss und bis zum nächsten mal